Hallo, mein Name ist Toni und ich wohne in der Kreismusikschule. Ich helfe den Lehrern im Unterricht, vor allen Dingen mit den kleinen Kindern, in der musikalischen Früherziehung, ganz viel auch im Kindergarten. Du sollst nicht lachen da hinten. Ich helfe auch ganz oft den Kindern und Eltern beim Üben zu Hause, dann macht es nämlich viel mehr Spaß. Ja, und das ist doch wichtig, dass Musik Spaß macht. Naja, vielleicht probiert es einfach mal aus. Ich freue mich auf euch. Eure Toni. Tschüss.